Benita und Alex wollen zur Thüringer Polizei. Haben sie auch das Zeug dazu? Nicht älter als 34? Nicht kleiner als 1,60 Meter? Sportabzeichen oder Schwimmpass? Augen, Gebiss und Herzkreislauf gesund? Für die Bewerbung zum mittleren Dienst braucht Benita die mittlere Reife. Und für den gehobenen Dienst braucht Alex Abitur- oder Fachhochschulreife. Bewerbung okay? Dann geht's zum Eignungsauswahlverfahren. Mit PC-gestützten Deutsch-Test. Mit PC-gestützten Leistungstest. Mit Sportprüfung. Mit Interview. Und Tauglichkeitsuntersuchung. Geschafft! Startfrei für Ausbildung zum Polizeimeister und Studium zum Polizeikommissar im kommenden Oktober. Mehr Tipps und Downloads zum erfolgreichen Bewerben bei der Thüringer Polizei auf startpolizei.de Wir machen die excusenden K pastdachöne. Um. Wir bauen das mit den Kivew. Wir Daten von Koerinnen. Wir arbeiten einfach. Vielen Dank.